Erasmus in Bukarest oder Interrail einmal quer durch Europa. Das ist das Europa, wie wir es kennen. Ein Europa in Frieden, Freiheit und Demokratie. Die Europäische Union ist also eine echte Erfolgsgeschichte. Mit einer starken Wirtschaft und erfolgreichen Unternehmen wollen wir diese fortschreiben. Dabei gilt für uns Werkbank statt Zettelwirtschaft. Unser Europa wird von innen und außen bedroht und das intensiver als jemals zuvor. Europa muss gerade in diesen schwierigen Zeiten zusammenstehen. Und dafür setzt sich auch Niklas Herbst seit Jahren ein. Europa braucht einen Klimaschutz der Arbeitsplätze schaffen. Das machen wir jeden Tag in Schleswig-Holstein. Niklas Herbst steht für Europa, steht für Schleswig-Holstein. Osses Schülli, Erdenzkanne und Minderzelle in Malweg die Dählerhans Arbeit. Wir wollen unsere Landwirte machen lassen. Dafür brauchen wir den Abbau unverhältnismäßiger Regulierungen. Die Fischerei gehört zu Schleswig-Holstein und ist norddeutsches Kulturgut. Am 9. Juni geht es darum, Schleswig-Holstein im Europäischen Parlament eine starke Stimme zu geben. Niklas Herbst gibt Schleswig-Holstein diese starke Stimme. Sein Herz schlägt für Europa. Verfolgten Menschen wollen wir helfen. Gleichzeitig müssen wir Schleuserkriminalität bekämpfen. Nur die CDU tritt mit einer eigenen Landesliste an. Nur hier können sie einen waschechten Schleswig-Holsteiner wählen. Seit fünf Jahren arbeite ich im Europäischen Parlament für ein starkes Schleswig-Holstein in einem starken Europa. Sicher, es gibt noch viel zu verbessern und es gibt auch viel zu verteidigen. Für unseren Mittelstand, für unsere Landwirtschaft, für unsere Fischerei. Denn ich bin davon überzeugt, Schleswig-Holstein ist stark. Mit Europa sind wir stärker. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020